Die SOS Balkanroute als Organisation ist ein ganz wichtiger NGO in Österreich, die ganz konkret am Balkan hilft. Ich war selbst dabei. Respekt vor der Arbeit und danke dir, lieber Piero, dass du so viel Arbeit hier leistest und dass du auch aufgedeckt hast, dass es zu einer Errichtung eines Gefängnisses gekommen ist in Bosnien, eines illegalen Gefängnisses am Rande eines Camps für geflüchtete Menschen. Wegen deiner Veröffentlichung ist das scheinbar nicht umgesetzt worden. Und was bedeutet das jetzt für dich? Du wirst angeklagt von der Organisation, die es errichten wollte, als Person und als Organisation. Man sieht, dass Menschen, die Menschenrechte in Frage stellen oder brechen, Menschen, die für Menschenrechte stehen, klagen, damit sie sie finanziell rendieren und bedrohen als Person und als Organisation. Alles, alles Gute, liebe Piero, für die kommenden Verhandlungen.